Okay, Leute, ich hab ne Aufgabe vor euch. Zählt mal bis 9. 1, 2, 9. Ich hätte jetzt tatsächlich weitergezählt. Ich hab nicht verstanden, wohin auswollt. Was kommt nach Mario Party 1 und 2? Mario Party 9. Richtig. Weil, ja, keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen 1 Stunde Lesen. Zum 103. Live. Der 2. Ja, der 2. Keine Ahnung, Live. Bei mir kommt morgen ein Video online, das heißt Online-Couch-Coop. Wenn ihr wüsstet, dass der gute Max gerade unter, an dem hier sitzt. Ich hab nur ne Rosa. Und der Spotty in Kurzsau-Rosa ist auch ein bisschen anders. Und nicht komplett in schwarz. Genau, und wir hoffen, dass der schwarze Radbalken in den linken FC gleich verschwinden ist, weil wir haben es eigentlich eingestellt. Stimmt. Aber ja, auch nur. Schätzt mir das Video, ich edit. Ich kann live edit. Drück mal A und D gleichseitig. Jetzt spiele heiß. Was ist jetzt schönes? Kaput. Ja, jetzt sind sie weg. Plastisch frei. Gute Schokolade. Wir kommen bei Mario Party 9. Oh yeah. Wählt doch noch mal Party aus, wenn du mit Freunden spielen möchtest. Dennis ist dabei. Dennis. Toad. Gut, ähm, Leute, wir gönnen uns jetzt den Party-Modus. Es gibt auch ein Einzelspiel, aber ja, den kann man nur alleine spielen. Deshalb spielen wir den alleine ohne euch. Deren Wasser deckelt dann auch mittlerweile dran. Das ist gut. Ich werd richtig nervig. Und ja, deswegen gönnen wir uns einfach den Party-Modus. Entschuldigung. Alles gut. Wir gönnen den Party-Modus, ne? Sparen wir auch das schöne Wit-Fried-Veganer. Erst haben wir schon angefangen. Ich hab Durst. Ja, also wenn ihr die anderen Mario Party schon Chaos fand, jetzt geht's jetzt ab. Also, prinzipiell, für etwas zum Spielkonzept Mario Party 9 und 10, das ist so ein bisschen anders. Aber, ja, da brauchen wir nicht viel drüber reden. Wir werden uns ja sehen. In einer Map 36 Minuten geht das irgendwie so. Gucken wir mal. Okay. Wir sind so dritt. Leider. Dennis ist im Herzen dabei. Aber wir nehmen natürlich den CPU noch mit. Und, ja. Ich mach, ich war ja Donkey Kong immer, mir erinnert euch. Aber, es gibt keinen Donkey Kong, das mach ich den Nintendo und den Toads. Hallo, wir haben... Warluigi. Ich bin da gleich. Nee, jetzt mach ich den Nintendo. Okay. Ich würde für Dennis dann Warluigi. Also, wenn du niemand anderes nimmst, nehmen wir auch jemand anderes. Ich könnte jetzt nicht Luigi... Boah. Ich könnte mich damit rechnen, die Snare-Party zu gewinnen. Das ist das Ding, die Luigi-Winning-Streak muss frei behalten werden. Hm, dann geht's... Warluigi. 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 Chaos, dann nehme ich's. Tut mir leid, Dennis. Dann nehme ich die... Ey, der kommt mit Warluigi. Warluigi. Dann ist gut. Dennis ist jetzt dann der... Ja, stimmt. Also, der Varius Dennis. Achso, ich muss noch die Komma auswählen. Das ist auch super genug. Alter, warte mal an. Oh yeah. Ey, warte mal was anderes. Oh yeah. Oh, komm, wir können nicht los. Ich war da so, let's go. Was? Das ist ja hoffentlich kein Echo. Ne. Sie sind auch kurz leiser. Ja. Ich bin aber auch grad gegen Schwinger. Das ist okay. Also, meine Empfehlung ist Total Bohus Hauberburg oder Blubar Strand. Ich finde Bohus Hauberburg klingt ganz cool. Weil Bob-Up Fabrik habe ich irgendwie nicht so schöne Erinnerungen. Magma Meal, Magma Meal, Magma Meal, eigentlich sind alle Maps cool. Ja, aber Magma Meal kann ich auch nicht erkennen, ich erinnere mich nicht dran, aber die haben... Bowsers Rauschnetzel können wir leider nicht machen, weil das müssen wir als Story-Modus freischalten und die ganze Dschungel-Ruinen muss man in so einem Shop kaufen, also geht das an. Ich nehm das. Mal Brot, genau. Mini-Sterne, ne, so heißen Dinger. Genau, Mini-Sterne müssen wir sammeln, keine Super-Sterne. Mini-Sterne sind Schwierigkeiten, da gibt es nur Schwer-Zock hier schon im Extrem oder so. Und das ist sowas so ein Kaffeln, ja, doch, aber was wollt ihr auch noch mit dem hier, oder? Ja, das ist auch nicht. Wie Dennis halt ist, ne? Keine Ahnung. Hm, Dennis ist Handicap. Genau, Handicaps gibt's nicht. Ich geb Dennis mal 50 Mini-Sterne an ein, Hinweise, ja, das mal an. Selbsthinweise, aber ich bin... Keine Ahnung, die Hinweise, die Regeln für die Mini-Spiele. Okay. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ist das eine Kindheit? Keine Ahnung. Dafür kommt so richtig die Story-Klasse. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht sogar zwei Maps schaffen könnten. Boah, das Ding ist, die Maps sind so schön groß, aber... Stimmt, wir wollen gar keine Rundenzahl, aber... Oh, die Peke, keine Fliege. Teppich. Herzlich willkommen in der Welt, Buru Saurabok. Soll ich etwas wieder was erzählen? Ja, gern mal, oder? Ja, ja. Einer war sogar meine Valuetrie an. Stell dich in den Schrecken von Buru Saurabok, um Mini-Sterne zu landen. Lass uns nicht vom Ziel abbringen. Passiert ein Spieler das Gemälde eines Burus, nimm dieser die Verfolgung auf. Wenn du Spielführer bist und nicht ein Buru erwischt, wirst du die Hälfte der Mini-Spiele. Mach mal grad was. Also quasi die Person, die da Buru führt, ist Spielführer. Ja. Mach den Ingame-Sound mal ein bisschen leiser. Der wird dann je nachdem ge... Genau, die anderen sind halt einfach nur Beifahrer, quasi. Und man wechselt sich dann halt durch. Ja. Du bist Birdo, okay. Ich hab nicht hingeschaut, Entschuldigung. Ich bin Valu. Aber sei einfach, dass es einer von Bowser's Schergen bewacht die Mini-Sterne auf der anderen Seite des Bowser-Tors. Das sind quasi die Bosskämpfe. Im Story-Modus sind die Bosskämpfe fix. Hier wird halt entscheidend, ist super, wenn der Bosskampf kommt. Es gibt auch Zwischenboss und Hauptboss, aber damit hat er einfach variiert. Also wir kriegen kein Buch als Boss, wir könnten auch ein Glooper bekommen. So, hier war's im Modus. Und das ist noch nicht alles. Ein weiterer von Bowser's Stärken hütet Mini-Sterne in der Burg. Ist das Zwischenboss? Beginnen wir damit. Ich hab nicht einen Schüttel und muss ich abholen. Man kann auch immer nur abholen. Schüttel macht nur hoch. Schüttel macht nur das ja so. Oh! Geht's bis 6 nur, ne? 1, 2, 5, 4. Die könnten fast so gut sehen wie wir. Na dann. Na, hab ich wieder rein vorgefrescht. Yes! Prinzessin fängt an. Ich hab hinterliere uns rücken gedappt. Das ist eigentlich 23 immer noch cringe. Ja, ne? Ja. Pass mal drücken. Achso, Entschuldigung. Dennis, der Zweiter dran. Verlust. Und war Luigi's. Das ist toll, das war Dennis. Sammeln, die Sterne. Mach du als Dennis. Mach es, wie du Tozing konisierst. Ich muss mal probieren, aber ich meine, so Kaputchen kannst du eigentlich gar nicht. das andere beginnt pfangen an es gibt hier und beine ja so ein zwölf wie sie alle sind jetzt unterwegs ist schon wieder direkt weiter nach vorwärts werden wir jetzt sehen werden wir jetzt sehen weil das noch mal so ein feld jeder gegen jeden mini spielen und es steht dann fest wer wie viel richten stamm jetzt auslösen genau das ist nämlich fast an das schlittschuhloch und die man das da holen ok wer ist erst auf dem runden fährt hat gewonnen nutze die turberampe um nicht von der tieflehre gebremst zu werden dann halte die völlig waagerecht drücke zum steuern steuerkreuz b2 beschleunigen 1 rückwärts fahren also schüttel die blickern um dich zu befreien einfach muss ich das jetzt hier zu navigieren weil ihr weiß ich glaube man kann die seit so weit reden ja ach so hier muss ich glaube jetzt zwei steuerlige sabotage denn es hat mich auch schon zwei geduld hallo hallo steuerkreuz nicht steuerung verdammt ich sage mal dennis ich habe mir weiter ich habe ganz schön auf guter fühlte sich anders wie soll ich das jetzt schon vergessen wir kommen bei mario wollte ich wollte nein es ist ja aber die belohnung wenn ihr so ein bisschen kritisiert weil naja das versteht prinzipiell nicht aber mir geht darum die meisten nicht die erinnern sondern genau und halte immer für den sachen waren wir kamen ein würfeln aber das ist ja nichts neues das ist der einlass verfolgt wird erst auf den gemälde gehen ja viel spaß lehrer doch schon mehr oder das oder der verfolgung kontinuierlich aber wer hat der werdet wird das so ok ja klar ich habe alle angst 4 5 6 der weg ist immer drei felder soll ich halt Mit zwei Würfeln? Genau. Ich habe eh noch kaum Geld. 0,1 Würfel, da habe ich schon. Manchmal will man, wenn man in Minus-Sterne reinkommt oder vor allem etwas gefährliches ist. Oder man zum Beispiel die Leute in Boohoo locken will, andere Leute. Du sagst ja keine Münzen, deshalb kriegst du ein Item vom Blaues Feld. Oh, oh. Verliegt 3 oder 3? 3, natürlich. Na gut. Wenn man sagt, so 2,5. Das ist was cool wäre, wenn wir 500 Punkte bekommen und uns das Donkey-Kong-Brett kaufen können. Nein, aber ich glaube nicht, dass wir 500 Punkte bekommen. Ich glaube, der Wuhu seid auf jeden Fall weg. Äh, wenn du es kennst. Ich mach mal irgendwas, ne? Ja, mach mal. Ein bisschen auch weifeln, man kann es schütteln. Aber es bringt nichts dafür. Ja, ich verstehe dafür, glaube ich, nur schneller, soweit ich gesehen habe. Hm. Ich meine, du hast da so ein Mist. Weil wir eigentlich was ist, oder? Nächstens Rückfeld. Achso, der Erkund. Ah, okay, geil. Aber wie viel zurück? Würfelst du das jetzt auf? Vieler würfelt. Okay. Dann gibt's hier so viel Fritz. Weil mir nur 6 Würfel istroyer allerdings meinem Bier, gönnen. 9, 6. Gargit Airwire durch der darf ja. Oder wie der wirklich sternen Tower turnen MBaps anstattung schon an để mit mir Stefan zu Richtig, anwohner anwohners jetzt. Wie die forms ich verstehe schon, dass der fritzende. Und sehr wie das nochmal versichern. Stimmt anwohnern auf, wie gesagt so, wo kommen wird. drei bis acht mal nicht offenbar aussehen er kommt doch nicht vorbei und das raus also wenn wir mal eine selbe für mich den jetzt daher das will ich nicht ja das ist so viel geld oh ja und die verlierst du ja ja so ein misst jeder gegen jeden ja sagen wir mal dafür gibt es keine mini spiele nach jeder runde das klingt nach wie man muss sich aber schnell aus und welches aus man denkt dass er meist nur eingelaufen sind oder nach der reihe nach weiß ich denke ich verstehe ich bin ich mir gewonnen ja jetzt neigungssteuerung schnapp dir die ring der palmer ins becken wird rosa und drei punkte die steuerung die richtung in die schule okay diesmal drückstand das steuerkreuz alles klar okay ich bin werde ich glaube ich diesmal ich bin bürger es ist vollgeist einfach dass anscheinend ame chucks da folge ich bin ein werfer ich bin ein werfer ich war gerade wirklich verdammt steuerkreuz ich kann mich nicht mehr so weg ach so er hat einfach den ring bekommen der wirft den riechsten der wirft den riechsten wirft den riechsten zu werfen ich komme nicht raus das spiel denn es tja war ja denn es denn es ja ich habe mir immer jedes mal überhaupt nicht ich bin ein nein doch nicht ah dennis entschuldige ich beginne ich so nein nein was mache ich denn überhaupt der kopfsticht nicht greifen und auch war sie damit um naja 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 der ist mir komm ja äh ich bin nicht ich bin nicht also ich habe gesmurft dann sagt er naja und dann habe ich die helft immer nicht mehr verloren nein ich will auch von dem die t-posen stehen er fällt einfach so wenn ich jemand sterbe bitte im titel da waren die komplett am rasen ich habe auch ganz zwei würfel das sind das ein baus an juni und bausen jahre mit der spieler gewinnen mit drei seiten erst mal drauf gehören ein lichtraum ach so und wenn du schon seitens vielleicht für das könnte sein dass dann aber ich glaube dass es kein eigenes egal ich wäre ich will ich will chaos also so was ist es ja auch ich bin die in die jetzt nicht mal wc du bist noch einfällt von einem wohnen wie das ist einfach ein feld aber ich glaube ich denke ich auch zurück und da kommt der aber halt dann wie groß wird das meine ich glaube er wird nicht mehr größer der ganze bildschirm naja gut dann danke für die mini sterne würde ich sagen das ist auch ein bieb dann geil zusammen mit denen noch was jeder gegen jeder weißt du was die leute haben ich hab noch mehr genug mini spiele der alte box hat sich ein mini spiel vertreten das ist interessant das ist halt immer auszuwunden da kommt kein vollen parcours ich will nicht mein gutes parcours die zweite ist auch ein banger sagen wir mal vor ort ist vielleicht doch noch mal so ein bisschen besser aber ich glaube das ist ein bisschen bewegen ich kann nicht lesen warte 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 2 um zu springen ja zwei menschen das ist gut das nicht retten kann wenn man verliert zeit aber trotzdem machen weiter spielen als schluss die ganze weh und so an die alle das ist das ich hab ich hab Angst war es noch mit gescheiter aufsteuerung jetzt ich fühle mich schon besser da ist alter ich sehe gar nichts mehr sorry hallo ein 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 ja doch so zuck mit seinem sopa geboxt sitzen gerade an meinem fernseher quasi haben wir sie auf die neuen in 4k war sie ja nicht so ist die piksliga also sieht trotzdem die damalige zeiten haben wir jetzt halt sehen ja wir können 576 2160 p darauf erst mal ein stückchen nicht nachher noch laufen muss kommt bitte dann ist das ganze muss man auch das anmerken dass dennis in mario party 2 die meisten minispiele gewonnen hat und das dann nicht laufen aber glaubt es ist noch wirklich alles alles gibt jede welt hat das eigene zwischenboss und hier kann man zwischen 1 zwischenbossen wählen weil es halt party-modus ist und am ende kann man zwischen ein endbossen wählen lang ist ja von mario party die erste episode oder das ist ein endboss ich weiß es ist doch ein endboss ich weiß es ist die ducke wenn sie kugelwillis zeigen je mehr kugelwillis angezeigt werden desto stärker fällt die attacke auf lakitu aus du musst nicht zu bewegen und zu springen einfach wenn man lakitu drauf hat weil es eine kugelwillig kugelwillig genau ich bin schwirr so ich finde ja weil man im minispiele gefühlt sowieso alle so spielt hätte man doch eigentlich das main game ja ja das ist das menü schon so da man ja eigentlich eh nur a oder zwei drückt dass man sich selber aussuchen kann aber nein ja ist okay ja auch deshalb ist eine wiener ist er so gesagt nene schön maus steuerung höchst ja aussieht ja was ein boss ist ein richtiger lucky last haben bin ich mit bürger gerne auf das so ein spiel nein scheiße aber in drei jahren war der waschen drei fahrer von genau den wiesel ist mit den 1 hauptzeiten weg oder was ja ich glaube ich nur drei die mucke kenne ich verstehe aber nicht verstanden wo mich nur drei punkte hatte weil ich muss auch mal getroffen oder so was kann sein ja ich hab den siegtreffer gemacht nein die levin beide zweite noch weniger verteilt wird dann machen wir ja den fehler wie inwiefern fehler wahrscheinlich habe ich aber kann ruhig rausholen also dann ist das nicht genau der der spielführer bekommt bonus und je nachdem wie gut es geht der bonus auch höher klingt ja er hätte geschaffen auf jeden fall noch ein zweites brett würde ich sagen eine stunde ein baller mal gucken was jetzt passiert man glaube ich ja komm ich mache ein bisschen action 1 1 1 2 weg von dem google aber nicht ganz danke hat mit leid mit mir noch was dann ich auch wenn das nicht auch selbst selbst dass also nachdem wie man es kann leute auch zum beispiel da reingehen und sagen halt so spielt stahl je nachdem du ich genau das kann es ein leon machen wir kann man sich ja er kann 4 von 6 übernehmen da passend reingehen oder einfach ziehen er will dann entscheiden das ist mein 3 1 2 3 warum kann ich sagen ja ist auch eine möglichkeit also kann reingehen wobei der muss ja weiter kommt jetzt wenn du da reingehst was ist denn das ist ein minus sterne das ist ein minus sterne und das da oben übrigens bei der röhre diese note ist es so und da gibt es auch nochmal bonus sterne zu gewinnen also ein kleines solomündig spiel quasi ich glaube dass das die reihenfolge wird so ein wichser das ist so ein wichser das ist so ein trolle das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen ja das ist so wichtig Achso, jetzt die Zahl darauf. Ja, okay, klar. Der hat ja den Maximum Value bekommen. Ja. Ja, Mann, oh ja, der hat 10 Mini-Sterne gemacht. Das gefällt, Vario. Ja, das gefällt, Dennis. Wir müssen ja die Soundboard mal einrichten mit Dennis Sprüchen, damit wir was anspielen können. Bitte, Dennis, hit us up. Hit us up. Da kommt ein zweiter Bu dazu. Oh, die... Oh, ich will nicht ins Klack hat. Jawoll. Yay! Jetzt hab'n D10. Ich hab'n D10. Das ist echt. Ja, 1, 2, schon wieder. 3 und 3. Noch Mini-Spiel. Und noch'n D10. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Das ist immer rechts. Ich glaub'n, du, das ist ein Poker. Ich spiel' mal Blackjack mit. Wähle einen deiner Karten, wenn die höchste Karte spielt, der hält einen Punkt. Der erste mit, was? Wähle einen deiner K... Ja, wir kriegen wahrscheinlich dieses Rotation und... Achso, die werden umgedritten. Ah, ja, okay. Wenn ich mal sage, ich stelle die Durchdrückung von Steuergerät an der Karte, und steh' dir dann eine Wahl durchdrückung von 2. Du kannst die Karte ab und auf der Zeit mit dem Weg umwechseln. Weil ich werde die höchste Zeit gewinnt. Gehen aber bald machen wir mehrere Runden, dann lohnt man so'n bisschen, ne, taktieren. Achso. Ja, aber... Ganz rein tu' ich jetzt nicht. Die Karte verschwindet aus deinem Set, ne? Wir spielen mehrere Runden, ne? Wir spielen mehrere Runden, ne? Ist ja nicht dumm, wenn wir jetzt auch gucken können, was die andere... I guess. Oh, ich hab' Glück. Ja... Soll ich damit ein 3 zu gewinnen, dann wird er gewinnen. Ja, ich hab' mich sogar jetzt selbst komplett gekackt. Hm. Komisches Spiel. Wie von Lono. Ja, ich kann's auch nicht mehr gewinnen. Ja... Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja... Wir haben beide eine 4. Wir haben beide jetzt... Ja... Ende! Ende! Ich war noch nie ein Glück, schuld! Dafür darf du mal noch benutzen, wenn du hast. So hättest du schon bisschen... bisschen billig. War... Wario nicht stirbt. Irgendwie leider. Ich leuchte nach Würfeln. Ja... Ich bin ein 4. Oh... Komm der zwei jetzt, änderdeutschen? Ja... ja doch jetzt kann nicht so ja aber wenn die können auch näher bei lang sein oder wenn man die zehn nehmen haben wir gucken wahrscheinlich auch nicht der einzige dass sie angelegt hat die frage ob es auch gut er hat seinen gummi drum ich habe gar nichts ich habe vertrauen darin dass es glücksfeld gibt ich habe vertrauen dass ich meine von lehren wollen angezogen was ich empfehlen kann sind playstation machen wir jetzt ein podcast einfach die mario-party-session auf spotify hochladen die nennen wir uns nicht habe drei keine auch keine süßkeit mehr wir haben noch zwei stück erstens nicht vegan und zweites kaputt nicht vegan und cappuccino jetzt auch nicht so aber auch hier kann man ja stimmt der ganze arm ist möchte dass wir da rauskommt und zeitlupe mit das video ich mache der weg gefällt mir was ist die 1 da ist noch mal so ein bisschen stoff also dann passiert ja dann eher aufheben ja stimmt schon aber das wird mal angehalten was die das ist aber merkwürdig ja ich mich nicht kann ich sterbe ich mich auch nicht ja und eine maus die war nicht im mario charaktere ich versuchte er muss halt du musst ja da wirst du hast einmal gerade nicht nur für einmal und das hat das spiel kam 2012 ich muss nicht lesen einfach einfach würfeln also entscheidest so ein bisschen mehr wie es geregelt wird können wir mal denn es kann ein eigenes wirken nutzen ja genau gerade ich fang an und wir müssen halt auch holen das heißt denn es kommt jetzt schon mal nicht dran genau wir wollen unsere acht sterne sterne nicht verlieren wahrscheinlich wenn ich dann wohl deswegen wäre das spiel vor sich selbst als letztes annehmen ja jetzt sagen dann magst du kriegst die oder nicht weil kannst du nicht doch und doch ganz normal genau nein ich kriege alle mehr oder geht das noch mehr wenn sie da ja okay ich kann sie gar nicht ich kann das ist meine einzige chance ich kann das bekommen ich habe euch das spiel so durfte ich war mit aber ja der wer die maus bekommt bekommt hat alles dran und der tafel aufgefressen gleich ich würde das nicht und ich habe nicht probiert das reicht für die drei frage ich habe schon weil ich glaube ich habe es fast vorbei schauen wir uns noch mal das ergebnis an ich kann mir das erste. Ich bin einfach letzter. Danke für die langsamen Würfe. Ach schon? Ah cool. Den kennt ihr ja auch noch. Ich glaub ich ist dieses blödigeside... Oh Oh oh! Oh oh oh! Ahahahahahah! Spielführer Birdo! Auch ich hab geschenke. Ich krieg gerade ein richtig flashback an dieses Bild. Ja bitte, geist für Chaos. Bette Ternur für dich. da gibt es einfach noch mehr wenn man weniger ist ein solches neuer reinfolger ich habe nach dem letzten film vergessen zu gucken ob ich jetzt von ein bisschen schlecht eigentlich wollte ich wollte schon den buchen falle gehen aber ich kann das auch hier das frage ich wollte das frage ich glaube ich so aber da ist oder ist das ende oder das mit der tor und sechs wörfe genau okay das ist das was ich im kopf hatte mit dem mann nicht bei manchen jetzt nicht streit sind seit für bau war sie los wie über bau war das willkür verkehrte welt ist cool das ist ein großer revolution das ist ein großer revolution mal sehen wir es ist schicksalig erteilt verkehrte welt es ist ein touristisch gar nicht und vorgesehen etwas beide kann uns um die kann durch die kindheit landes bild wir haben spitzen die oren gleich lasst euch ein mini spiel spielen sehen wir die spiel für den jetzt nicht mehr verliert ja dann ist ja easy game für mich ist auch mal aus der taurin dieses mal ein bestimmter spieler auf dem letzten platz ist er war nicht überholt warum überrascht mich das nicht hallo dass sie nach ja das war ja laufen und das war auf uns bringen da springen kann man auch noch aber da muss übrigens entscheidend er ist große max ist große ja ja ich freue mich nicht wieder und dreieinhalb sekunden wahrscheinlich ich bin als regis hat und potenziell ob auf leute raus zu spielen muss schnell hochkommt aber ja hat ja dann geholfen und mir dann denke aber wenn er kriegt man direkt für mich steigt wird das gezählt oder wenn er unten gerade wenn man sich berührt hat man getroffen das ist dann getroffen gestalten der meint uns auf der kauf also ich bin total na ja das bin ich also ich muss abenteuer 06 genau 1 3 wäre ja nicht so viel ja ich bin da ok jetzt noch mal genau jetzt noch mal selben tritt noch mal wir wollen ja noch eine runde also mach jetzt nein wir wollen ja eben wir wollen ja noch das doch hier im brett was wir wahrscheinlich das wäre mir dann nachher im privaten spiel schneiden also wir sehen euch dann im nächsten mario party eine stunde in morgen dann noch listening bist du ja also es wird passiert das video leute da habe ich dieser sechs� Position krä hugely wegMAX video ist erst sechs tiksel so können avere die beleidigte mal nicht so wir玉 ich habe ich mag es wieder ja ich möchte bitte noch mehr auf dem letzten platt sein verkehrte welt die erste eigene stern das ding ist wie sagt man darf ja ich darf darüber über schleudern überschlagen das fällt jetzt zu gehen da ist die inflationen anders ein mini stern ist zwei bananen wird ja ganz schön du hast ein streifel weiter schießt bei bausers dann noch ein bisschen nervig das noch mal befindet das geilste 1 bis 3 besser gewesen ich krieg das jetzt ist das teppich die hälfte ist doch wahnsinn als die person die im stil kommt die hat höchstern auch noch mal bonus ja aber jetzt erst mal das mal drücken ich habe noch nicht haben würde mit ihrem was geschafft was kann ich habe ich war richtig weit vorne was ich nicht habe das mindestens eine viel die stunde noch zwei stunden aufnahme ich habe 27 ich habe so viel mehr verloren ich habe irgendwas tun ja ich weiß wir haben wieder einen wechsel du bist gleich wieder dran erst auf die ministerne für dich hat man kam getrunken genau auf den minus links dazu noch mal was wo bis weiß ich gar nicht was ist das und da ist es ein wirstes was genau das fällt mir jetzt hoch geht es glaube ja das war schon lang kein mini-spiel ja okay ja sind links auf das weiteres mädchen alle da haben wir ein kampf mit einsatz und so ja genau das hat es aber auch im kopf Tatsächlich, als du würdest es gesagt hast. Achso, ja stimmt. Eigentlich meinte ich das aber... Ja, ja. Ja, also. Das ist mir entspannend. Man, wie viel Müll hier rumliegen. Bödo ist noch im letzten Klassen. Oh, hm. Ich mag Fließband. Du lässt Bausern in deinem Foto. Ja, dachte ich früher. Aber Bödo... Achso. Hm, 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 hm. Bewege die Mittel wieder fliegt. Achso, aber wir laufen nur. Mit Steuerkreuz. Ja, ja, auch gerne. Man darf das nicht verlassen. So ein bisschen bei Pokémon. Nur mit diesen Warp-Dingen sind's. So ein Klug für sein. Da hab ich keine Zeit für jetzt. Kann ich auch direkt hin? Ja, wo bin ich? Ich wollte nicht auf das Fließband verdammt. Das wollte ich auch nicht tun. Nein, scheiße. Äh... Ah, ich... Das geht immer. Wow. Aber Dennis! Ja, ich hab gar nichts aufgedacht. Man muss halt den Weg finden. So ein bisschen Rätsel. Ich hab glaub ich ja eine. Ne, ich tue es auf das. Nein, ach scheiße, ich bin dumm. Scheiße. Der einzige Weg ist ja darüber. Hä? Okay. Ja, das ist aber überhaupt keine Ahnung. Sorry. Ich bin zu bedrungen dafür gerade. Achso, ich hab den Weg. Zweiter. Ich denk grad gar nicht sogar nach. Sorry. Ich versuche es, aber ich muss irgendwie in die Röhre kommen. Max ist auf nem heißen Weg. Scheiße. Ich weiß nicht, wie man in die Röhre kommt. Ja. Ja, okay. Ja, Max ist auf nem sehr heißen Weg. Scheiße. Ja, ich stehe vorbei. Da unten bringt dich zu dem Rohr da. Dann fährst du mit der grünen nach links rum. Äh, nicht nicht wieder grünen Mitte. Ich wusste, dass ich dann in das rechte Raum muss. Ich wusste nicht, welches Rohr darauf hinführt. Ich hab das ja random gefunden, weil ich dachte, ich glaub, wir müssen die Röhren wirklich dafür benutzen. Hm. Das war mir die sehen ja auch. Zuerst hab ich dumm rumprobieren und dann hab ich nachgedacht. Ah, so dumm rumgemacht. Aber ich wusste nicht, in welche Röhre ich muss. Ach, ist ja auch egal. Ich würde auch dann greifen. Spannchen, babe. Spannchen, babe. Äh, ist vegan also. Ich zitter war da richtig hart. Ich kann es gerade. Ich würde auch beide meine gut. Hörst du? Ach, du hast den benutzt natürlich. Ja. Die Leistung wäre lieber gewesen. Aber gut. Meine 1 zu 3 ist schon wieder riskier. Ok. Kannst du mal abladen? Ich hab dann ja 7 Sterne. Äh. Äh, äh. 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 eine 5 der flächte und mit leckung der richtung aus naja der auskunft ziemlich nah ist die büßen ja auch scheinbar bei diesen tod noch mal ein bürzels anderes oder was von der flamse vorher wurde er ist der letzte platz minus jetzt ist feuer bruder der der normalen sagen sie aber klaut uns nicht aber der macht es auch wenn wir doch selbst das ist eigentlich auch aber ich habe angst die letzten weißen die kettnummer wie funktioniert das ja achte auf die pfeilung blicke dann schnell in eine andere richtung als die schwinge warum wir nicht ins gesicht unten links oder rechts mann im ersten blicken dann stellen eine andere so ein bisschen wie dieses spiel wo man da so ja genau mit dem wo man ganz nahe der kamera sein wenn du was du was da so kopf passen das kriegt bei den punkt der zweite drei und so was ich denke mal das ist danach ja aber es kann auf jeden fall das ist einfach auf der schwung ist so das geht es schon mal genau ach so das sind ok links auch immer noch so ist noch demo ich habe gerade schon ich war mir nicht sicher ich habe jetzt auch umge- ach es ist im dördo ja alles gut aber ich kriege alle den punkt oder waren wir komplett gleichzeitig ich glaube ich kriege einfach alle einen punkt war aber dumm wie die late vor allem geht es ja gar nicht so sehr im speed ich habe ich habe ich habe nach oben ich habe auf dem glas leute ich schwöre bei gott ich habe nach rechts gemacht aber okay aber wäre auch falsch gewesen oh nein 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 ich habe nach rechts geschickt ja ich habe nach rechts geschickt ja ich habe aber mir war auch gerade irgendwie viel ich war dumm oder gerade so lange gebraucht jetzt nochmal zu langer ich krieg den kettenhund ich sehe das nicht mehr ich habe nach unten geschüttelt rechtsgeschüttelt und sind keine ahnung ich bin tot aber das war bis jetzt aber so geht es sehen verkrafte ich jetzt auch nicht diese bereiche betreten haben das war vor 20 das war nur zwei oder höher wir werden ja so weit gekommen ist ich hab ihm alles aber er schlägt 13 ich frage mich was er bei 10.000 ministern macht was wohl die chance nicht zu verlieren jetzt ist halt erneu es gibt mir die stelle her die hälfte die hälfte von jemals ja das ist ein richtig fettes der letzte klatsch ist das nicht könnte gut sein keine ahnung was das ist ja jetzt gewinnt steuerung drei stufen rakete ok steuerung folge den vorgaben der bilder eines welchen schütteln müssen das sagt man immer auf die regeln kurz also 1 2 und schütteln rote rakete und dann so links der stücke in schütteln krimineleitung durch training damals muskelkater jetzt was mir mal und sony von den übrigen spiel ausgeliefert ich habe nicht so scheiße zuerst 1 kurz gehabt kurz geimpft überhaupt nicht ich habe mich auf die markt links gestellte das war komisch versteht was ich meine ich habe euch verhältlich habe keine stufe einzeln der beste mensch von der taste der beste mensch der fast jetzt schütteln falle ich sofort oder was ja das ist wohl steht das ist tatsächlich wohl steht ich habe mich dumm und lehmlich geschüttelt als ob ich nicht kann ich bin das gibt wir alle sind das ist nicht fair jetzt war ich habe immerhin ich könnte meinen einsatz nicht zu bekommen war die hälfte von 40 wir haben übrigens auch etwas schokolade ist er wechseln mit erdbeckäle kann doch mal eine partie neun wir haben die stunde gefühlt los ist halt echt gleich wenn wir jetzt danach eine einzig ist da verdient zu diesen wirken ich bin hier zu sehr wichtig 6 4 6 4 6 oder 4 6 das hat aber wenn die nummer gezogen jetzt 1 ist voll lustig ich hab das gibt ein like wenn da ein zwölf ist jetzt noch er ist ein gutes zuvor wenn der bock auf million schreibt kommentar warum du es nicht magst man zu kommentieren ist auch gut so was kann dieser spieler gefällt mir richtig ich war schon über für dennis was kann denn es dann immer die letzten wenn du mir nicht gerne will ich muss gerne einstein vorbei genau normalerweise gibt es ja also keine ahnung das müsste aber halt man kann es halt auch mal was anderes aussuchen eigentlich mal was weiß ich habe der legale bosskampion und bringen drei oder mehr und steuerung ein anderes spiel aussuchen zwei jahre aber ich fühle mich die stunde ist auch schön ja okay wenn man wählt mit zwei und noch nicht macht als steuerkreuz gehen wir noch mal drüben machen drei symbole zusammen haben wir noch mal sagen wie extra schaden Ich hab nur Schaden. Ich hab nur Schaden. Kleine Zunge, wie in Mario Sunshine. Alles ist Mario Sunshine, Leute. Äh, ja. Achso, wir arbeiten nicht in den letzten dieselben Reihen. Das ist ja weird. Äh... Ey! Hä? Hä? Man kann es dann doch ein bisschen weird. Ach, hallo. Ich bin voll... Ey! Ich brauche mal so ein bisschen, um nachzudenken, was ich auch tun muss. Und dann klaut mir irgendjemand was und dann denkt mir so, fickt euch. Dann kann man durchtauchen. Hallo. Hallo. Wir greifen dann die ganze Nacht. Hä? Ich hab noch die Punkte gerade gekriegt gehabt. Aber wir brauchen ein bisschen Siegschläfer bekommen. Naja, das habe ich gemacht. Und weil der einzige Treiber von dem Buch gegriffen wurde? Ja, so zweimal glaube ich. Ich weiß gar nicht. Cool. Brrrr. Boah, Waluigi. Aber es ist ein Spielführerbonus. Geil. Ja, toll. Halte ich wie schon nun sein Griff. Nein. Weiß ich jetzt nicht. Spitzenspiel. Allerdings, nur einer Spieler kann den Superstar sein. Ja, da haben wir nur Eintritt heute gemacht, reicht auch. Hey, jetzt lernen die Gelegenheit. Können auch random Minispiele durchspielen. Ja, stimmt. Wir können eigentlich auch ein Minispiele machen, ne? Oder irgendwie irgendwas. Hat den Dennis? Der erste Bonus, der den Spielstern gewonnen hat. Ich hab jetzt ein bisschen was gewonnen, aber ich hab davon nachgelassen, leider. Das muss sein. Danke. So, Ehre. Das ist mein Heimvorteil, diesmal. Superstar. Ist ja mal ein Superstar. Ey, ich hatte einmal ein Zufallsfeld. Ja, ich meine auch. Oh, sonst war es ein Zufallsfeld. Ja. Oh, Papa. Hier sind das immer fünf oder so. Das bin ich dann auch nicht. Ich hab ja mal nur, ich hab mal nur gewollt. Oh. Das ist gern. Ich hab nun legit, dass ich an der Stern letzter geworden bin. Oh mein Gott, der erste Stern. Ich bin gespannt. Lass uns mal wieder gewinnen. Nein. 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 Ich bin dritter, nicht zweiter. Dieser Tolle, alter. Ich bin gerade nicht sicher. Ja. Mist. Hab ich doch gerade gesagt. 54 Meter. Ist deine Adresse, Leon? Moment. Hey. Rauspiepen. Stimmt schon mal irgendwo auszusehen meinen Straßennamen gesagt. Oh Mist, dann muss ich rauspiepen. Sorry. Ja. 25. Ja. Max hat euer Ende fünf. Ich hab mit einem Winnie Stern dritten Platz bekommen. Grafik. Das stimmt. Meine Grafik ist schön. Guck mal. Guck mal, ich war so schön an oben und einfach. Hm. Ich hatte noch mal so einen Down. Das war also in die Muhe geraten. Ja, ja, genau. Da fing der Ukraine Krieg an, da ging alles noch. Oh Mann, ey. Ich hab die meisten von dem Map aufgesammelt. Das ist ja. Andere schalten für Videos oder so ihren schwarzen Nummer aus. Ich halte ihn da nicht so an. Ich hab jetzt jetzt richtig schlecht. Leider keine 500 Punkte. Also leider kein Donkey Kong Brett für euch. Aber wir sehen uns dann morgen im nächste Stunde darüber. Ja. Das war ne Runde, Freunde. Äh. Da war die Bekate. Die Punkte am Einkaufen gehen machen wir nicht. Donkey Kong Brett kostet 500, als andere wollen wir nicht. Der Moni ist so, dass das ist. Wenn es die weniger hohen Auflösung ist. Äh. Geh mal auf Hauptmenü? Ich geh Hauptmenü? Ich geh Hauptmenü? Ich geh mal auf oder so extra Spiele, sogar extra Spiele ist der Punkt. Geh mal auf. Ob die Spiele? Und ach so. Okay. Machen wir doch in dem Balling fünften bis dreiß Minuten. Es hat es dauert nicht so lange. Ich kann auch abbrechen. Hä, mit CD für Oase, ohne Wario ist illegal. Jetzt ist eine Luigi. Ich hab halt jodelisch Luigi gepickt damit er seine Street nicht verliert. Finde ich gut. Er kann... Luigi wird jedes gewinnt, also ich bin es mir selbst egal. Aber Luigi wird halt... Aber wie Dennis denn jetzt tot ist, ja. Dennis ist Domtendo, und ich hätte etwa ihn gebannt. Er wird geblockt halt. Ich denke auch von Domtendo geblockt werden. Regel 1. Wirf den Pantler, was du möglichst wiedergum was zu überwürgen. Ich schreibe ihm was, was er nicht mag. Ja. Wurdest du wirklich in Outlast gekreuzigt? Ich wette, du würdest dafür geblockt werden. Du wirst es richtig dumm stellen, wie so ein... So wie Duck immer geschrieben hat, hey, ich hab... Regeln, warum? Er hat ihn auf Twitter markiert und die Antwort war nur, das bin ich, ich. Entweder weil es wirklich nicht war, weil er zum Zeitpunkt kein Mario Kart gespielt hat, oder er dachte sie einfach so, nö, gegen den verliere ich nicht. Das dachte ich einfach, ich war das nicht. Achso. Wenn du alle gummert mit dem ersten Wurf, zählt das halt Strike. Ja, wir bewegen uns mit Steuerkreuz und B halten. Ja. Halte wie Verbindungslenkreuz. Ich drücke Arm, du bist in Position, um Wurfing das zu wechseln. Links, links halt anpassen, um B und schwingen. Das ist Free Sports. Ja, basic. Nur halt für die Wii. Ja. Für die Wii. Wii Sports nur für die Wii. Brauchst du wie man eigentlich mit dem CPU? Weiß ich nicht. We hätten wir ruhig nicht anmachen müssen, oder? Wir hätten wir halt nicht. Aber Dennis halt. Ja, aber Dennis halt. 100 ist der Rekord, also Standard halt, ja. Einfach ohne Musik, ohne alles. Moment. Achso. Winken. Ja, genau. Nee, winken wir auch nicht. Du brauchst keinen Winkler. Du brauchst nur ein paar Sekunden. Oh. Das war schade. Das war schade, ne? Das war schade, ne? Der Ding, der Ding. Schleicht. Vier. Wir können doch noch PS5-Karton noch vor uns packen, wenn man noch schlechter wird. Oh. Es ist mir mal leid. Ich bin eine Schande. Ich bin ein bisschen besser von Passive is Root. Ich stehe überhaupt nur. Er ist ja erfolgreich. Drei. Was ist ein Loser? Wie steht denn der da gerade? Ach so, das ist... Ich dachte, dass du es irgendwann war nicht so, dass ich die mit dem Rücken so zu holen. Da war ein beidseitig gepanzerter Cooper. Es geht schlechter. Bist du ganz schief. Einfach nochmal drei. Scheiß süß, krankhaft abhängig. Gekrennt. Ich hab keine Drogen mehr. Ist noch gar nicht auf hier. Nee, doch. Okay. Andere Leute. Oh. Das ist toll, Leute. Schokolade? Ich weiß nicht, die Leute. Das ist kein Schokolade. Alter! Michi weiß halt wie man geht. Wir hätten den Dennis mal auch krank stellen müssen. Hm. Hm. Ja, das ist jetzt schwierig. Ja, das ist Käse. Zweite ist ein Passivist Road. Ich wollte es demonstrieren. Ich wusste, dass es einen anderen Sound hat. Der ist aber zu klein. Punktestand. Oder noch. Der sich dreht. Der passt für uns. Da kann ich mich nicht beschweren. Warum ist die unangenehmig gemacht? Ach, glaub ich nicht. Ne, sogar noch 4 oder also 9. Ja, das zieht sich da ein bisschen. Ja, wir können auch brechen. Aber wir kriegen Steine Punkte dafür. Ich mach einfach. Ich mach das gleiche. Wollen. Das gab es auch für Stichattacke. Ich kann runter machen, wo die Punkt ist. Das ist eigentlich dumm. Ich hab meine Nachdenkung. Ja, nein. Du solltest schon anwinkeln. Hm. Das ist alles ein bisschen ungünstig. Weil die halt so weit weg sind. Ja. Das war ziemlich gut. Komm mal. Dann hält man da. So. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich hoffe, ich schaffe das. Ah, ja. Ich bin hier der auch nachträglich noch. Ich bin so dumm. Na egal. Beste Leistung bisher heute von dir? Danke. Danke. Machen wir mal weiter ab jetzt. Hä? Machen wir mal weiter ab, dachte ich. So nach Folie drum, ne? Von der Mokulade. Erdbeerkäse, sagt klar. Na komm. Na komm mal. Na komm mal. Perfekt. Nein, komm mal. Nein, komm mal. Na komm mal. Gummis. Da wäre lieber 100. Hier unten sind es 5 oder? Ja. Haben wir ein gutes. Da war nochmal ein bisschen schnell durch. Alter. Nein. Junge. Der Rest hätte ja noch gerne fallen. 17. Für das Leere und das Besonder. so viel besser hat er nicht gemacht kommt dennis zeigen wie es geht das mache ich jetzt auch danke warte noch denn das war ja der wollte ja nicht warten und ich habe ihn auch noch spielt nur zwei punkte der ist ein nutzer aus dem träger nicht mal jetzt mit sports bestellen ich habe überlegt ob ich mit sporten auch noch aber ich dachte mir so für dass wir dann haben wollte er hat ihr das hat nicht besser gezeigt das würde ich doch haben meine meine guckmann haben sich so gut bewegt denkst du denn es verklagt uns über die maria hat die videos werden auch dran ich finde ich das spiel da unten auf dem kleinen bild recht gut aus können es mit spiel sein ich bin schon traurig wenn man nachdenkt das wird spiel eigentlich noch genau so aussehen und ein bisschen besser aufgelöst ich habe nur noch ein problem mit dem ja da war nett zu mir immer ich habe nur noch ein problem mit dem ja da war nett zu mir immer ich brech mir einfach genick let's go ah der ansatz war so gut aber hätte mehr nachdenken sollen als ob ich vorhin nachgedacht hätte er macht jetzt aber ein spare er macht den one hit spare das ist ein bm so er sagte er könnte ein strike machen aber er wollte ein das ist ein bär haben hm 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 was sagen aber ich hab's wieder vergessen. Kommst du zu Let's Play Mario Party? Joooooo! Du warst so gut für diese Scheiße. Alter, das ist doch der Rekorder. Es gibt heute 20 Bonus. Ja, ich hab schon 112. Let's go! Komm, Totler. Ich mach's doch. Aber er kriegt das Ende immerhin weggesehen. Ich hab mich nicht auf schwer gestellt. Keine Konkurrenz, auch nicht auf schwer. Wo ist Amazon? Da! Ich guck jetzt nach dem Kokos Fightling auf Amazon. Oder ich kaufe mir, vielleicht gefällt dir auch, was ist das für ein Spiel? Barton Kytos 1 und 2 HD Master. Irgendwas japanisch. Let's the round. Komm, jetzt will ich auch noch was Gutes schaffen hier. Soll ich mir mal... Ich hab gelernt, dass man sich so immer macht. Soll ich mir das Yu-Gi-Oh Trading Cut Games beat this? Oh, er hat auch einen Strike. Nein! Du kleiner Wichser! Soll ich mir das hier mal vereinen, sonst neun zu holen? Da ist Jaden drauf. Ich mag Jaden. Jaden Smith? Und wie ist der Recht? Hast du einen Krampf? Oh, was? Alter, On-Stream so. Äh, Stream. Und du hast Estafin, die... Aber ich fühl, also ich... Ah, Wadenkrämpfe. Ja, Wadenkrämpfe. Wadenkrämpfe, aber Skipper. Es gibt auch... Es gibt auch... In der Fußsohle. Ich will auch so... Okay. Ja, das kann halt scheiße wehtun. Im nächsten Mal so, bitte hör auf, hör doch bitte auf. Dauern die so lange? Ja, also ich hab auch schon welche, die so zwei, drei Minuten nachts dauern können. Oh, Alter, okay. Du streckst dich im Schlaf richtig angenehm und auf einmal... Ja, aber meistens dauert es dann nur so ein paar Sekunden, bis es so richtig wehtut und dann so... Ist ja eines Besonderes mehr bei dir. Guck mal, sieht doch mal komisch aus gerade hier so. Ich sag so, oh fuck, hab voll das schlechte Gefühl. Einfach Spare, Spare, Strike, Strike. Und Choke jetzt... Jetzt weh mir grad so ne Mischung aus Lachen und Schmerz. Ich hab mir Vase und jetzt kurz Tränen in seinen Augen gesehen. Irgendwann als ich hatte, hab ich ihn richtig gesehen, da war der, wie er es so gezuckt hat. Das war gruselig. So, komm Toad. Mach bitte einfach nicht mehr. Wir sind scheiße hier beenden. Mal Toad. Mit deinem Krankenwagen rufen. Man sieht noch ein bisschen komisch aus so, aber... Ende. Ende. Sind alle scheiße, ich bin zweiter. Falls im nächsten eine Stunde nicht mehr dabei bin, Leute, bist du bescheuert. 7,22. Geht voll. Ja. Aber steht Lieferung... Warte. Du hast Ananas Sour Bubble Gum. Das Original Green Green Fish Banana Peppermint. Yeah. Fünf Party Forts. Ja. Was ein Drecksspiel. Na gut, Leute. Wow, was ist das denn? Wir erzählen euch beim nächsten eine Stunde, wie das Donkey Kong Brett war. Spoiler, es war scheiße. Ja. Danke fürs Zusehen. Es wuchs jetzt ein bisschen anders. Das hat andere Regeln und so. Wenn du was zu sagen habt, dann sagt es jetzt. Danke fürs Zuschauen und wir gehen jetzt in den Ananas-Spieler-Modus aber ohne euch, ihr Wichser. Abonniert mich auf YouTube und Twitch, falls man mich dann schon abonnieren kann. Ja. Du hast ein Follow da. Ich brauche noch ein paar für neun Emotes-Lots, aber wenn ich keine Emotes habe, aber egal. Ja. Und ich brauche Follower-Emotes. Aber da könnt ihr nicht weh dran tun. Ich bin ich. Aber mein Krampf ist wieder weg. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn der Krampf euch gefallen hat, lasst ein Like. Ja. Schaut bei Templar-Session auf YouTube nach. Das war nicht. Ich denke es auch neun. Der Session. Schauen wir uns in den Schreibungen, da bin ich verlinkt. Wenn ich es nicht vergesse. Ja, Dennis ist leider auch nicht verlinkt, aber ist okay. Guckt auch bei Dennis vorbei. Sucht einfach TheRealVarioHDMP1-9. Der eigentliche Erfinder der eine Stunde ins. 1-9. Er hatte mal so ein Video, wo es irgendwie eine Stunde mit hieß. Und dann habe ich tatsächlich so ein bisschen davon dann... Echt? Oha. Dadurch kam ich irgendwie so auf die Idee. Okay, dafür mit Dennis jetzt verlinkt habe ich entschieden. Ich glaube, wobei ich muss es mal überlegen. Ich glaube, dieses erste eine Stunde in GTA war schon älter, aber das hieß am Anfang noch gar nicht so. Sie ist einfach nur irgendwie rumdümpeln in GTA oder so. Kein Rumdümpeln. Dann habe ich da einen Kategorieren. Hey, warte mal. Templar 6689 hat Tobi Potato ein ein monatiges Stufe 1 Abo geschenkt. Vor drei Tagen. Ja. Ja, dann. Ich wollte, dass ich gerade so mal... Ach, du bist doch jetzt zwei mit sieben, ne? Ich wollte, dass ich gerade was einlöse beim Aktivitäts-Feed, aber mein Handy ist drüben. Ach so. Nein, warte mal. 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 Mario Party Superstars und eine Tour und was auch so geht. Mario Party 3, wenn Nintendo gönnt. Und 4 bis 7 wenn Steam gönnt. Und 8 und 10, ja keine Ahnung, da musst du uns auch persönlich treffen. 10 wenn die Wii U gönnt. Morgen mal bei Saturn gucken, ob es Mario Party 10 geht. Ich weiß nicht, ob es mir das wert wäre. Kommt drauf an wie viel. Ich glaube da gibt es keine Wii U Spiele mehr. So reicht jetzt hier. Tschüss.